Hallo Twen! Musik und Information für junge Hörer. Hallo, Freitag, 6. Januar 1967. Hier ist die 65. Hitparade von Hallo Twen. In den nächsten 55 Minuten haben wir die 12 erfolgreichsten Titel der vergangenen Woche. Und hier noch einmal die Platzierungen der 65. Hitparade. Nummer 12, 96 tiers, question mark. Stop, 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 the hollies auf dem 11. Platz. Nummer 10, have you seen your mother baby standing in the shadow, the rolling stones. Mellow Yellow war die Nummer 9. Auf dem 8. Platz, any way that you want me, the trucks. Auf dem 8. Dann die Nummer 7, my mind's eye mit den small faces. Sechster Platz für Friday on my mind mit den easy beats. Fünfter Platz, I'm a believer, the monkeys. Nummer 4, good vibrations, the beach boys. Der dritte Platz, no milk today mit Herman's Hermits. Nummer 2, give me some 11 mit der Spencer Davies Group. Und hier ist der neue Spitzenreiter der 65. Hallo Twen! Hitparade. Dave D, Dozy, Bicky McIntich mit Save Me. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020